Nach der Brücke über den Unterbergbach links abzweigen zu Aualm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vom Lichtenstein-Kopf hat man einen tollen Ausblick Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kammwanderung des ZDF, 2020 Kammwanderung zur Aalspitze Kammwanderung des ZDF, 2020 Kammwanderung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gipfelkreuz mit Bankerl in der Nähe der Aalspitze. Vielen Dank. Vielen Dank. Aufstieg auf den Schuhflicker Vielen Dank. 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 Vielen Dank.